Ihr guckt jetzt einfach nicht hin. Bin ich jetzt auf der richtigen Höhe? Ich glaub schon. Nein, bin ich nicht. Doch bin ich! Okay, ähm... Wo ist denn meine Trashcan? Da ist meine Trashcan. Die brauche ich hier für gar nicht, ich Idiot. Ähm... Hier muss ich rein mit... einem normalen Itemfilter. Auch der normale Itemfilter. Ähm... So... So, jetzt brauchen wir natürlich ganze Fleischsachen. Okay... Da ein. Da ein. Da kommt der Roat Turkey rein. Da kommt mein Roat Chicken rein. Ach so, ja. Die Federn sind jetzt da drüben drin. Um klug. Sollte das Always Act jetzt vielleicht wieder ausschalten? Oh... 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 Weil ich die bareanes fertig wach... Hmm... Oh... was ich wirklich Moss into thatcke? Ähm... advised- Wie heißt denn... Ah siehste, mein Chicken brennt. Meine drei. Oh, der zieht mein Chicken nicht raus. Wahrscheinlich, weil ich auf der falschen Seite bin. Das gefällt mir jetzt nicht. Ja, ichista mich. Oh, ich sehe mich. Oh, ich verstehe mich. Oh, ich stelle mich. Oh, ich will das jetzt nicht umbauen. Ach nee. Ah, das sind meine Fehlern. Das wird auch... Okay. Hilft dir nix. Also Seite, Kohle und unten raus. Eigentlich hätte ich es... Äh, zu spät. Eigentlich hätte ich aber die Kabel nicht so lassen können. Weil dann fuck ich hier halt die Kohle rein und dreh einfach nur die Pfeile um. Ich probiere das mal hier kurz. Genau, hier inset. Jetzt ziehen wir schon mal die Kohle immerhin nicht raus. Ach, scheiße. Raw Turkey kann man ja nicht im Ofen machen. Dafür braucht man den... Äh, nicht im Infernus machen, dafür braucht man den Ofen. Echt Dulli. Oh, so blöde Raw Turkey. Können wir jetzt echt drüber? Nein, das war falsch. Doch, das ist so. Deswegen steht in meiner Küche auch so ein blöder Ofen. Da. Da. Da geht's nämlich. Das heißt, ich muss so blöde Ofen bauen. So. So. Gott. Ich hatte gerade so einen kurzen, äh, Herzefakumensch, weil ich dachte, ich hab vergessen aufzunehmen. Aber nein, ich nehme auf. Alles ist gut. So was passiert mir öfter, als man denkt. So. Ich eigentlich auch nicht, weil ich alles mit Tofu mache, aber... Oh, so, bei für... wer kann... der kann, der kann. Jawohl klappt. Okay, dann müssen wir da einfach nur umdrehen. Ich mach das mal eine Etage tiefer, dann komm ich nicht in die Quere mit den anderen... Leitungen da. Ach nee, jetzt. So. Also die hier, Extract Always Active. Extract Always Active. Always Active. Du bist schon Always Active, ja. Always Active und... Always Active. Und hier kommt Kohle rein. Jawohl. Funktioniert. Dann war ich hier bei meinen... Warte. Mein Filter nicht mehr. Und hier. Voila. So. Da drüben wir das gleiche nochmal. Hier werden Filter auch wieder raus. Filter. Oder... Es sind viel zu viele Filze gemacht. Quatsch. Da. Ja. Jetzt nicht. Genau. Aber ich brauche... Ofen. Ich glaube zwei Stück. Oh. 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 Die. Ich brauche hier mal raus und packe den rein. Ich brauche hier mal raus und packe den rein. Aha. Ähm. Achso, du bist gerade nicht aktiv. Ähm. Entschuldigung. Ja, ich weiß, dass ich dafür Öl brauche. Ähm. Cooking Oil. Aber es hilft ja nichts, wenn ich es machen muss. Dann brauche ich es halt. Ähm. Ich habe übrigens auch Hunger. Also nicht. Äh. Ich schade mir damit so gesehen selber. Nein, so. Pull up. Und zut. Okay. Ich glaube, da habe ich noch alles drüben. Normal. So. Nein. Ich habe keine Iron Bars. Also. Wunderschön. 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 Zwei. Wir hatten ja sechs verschiedene Fleisch, ne? Da muss ich... Habe ich die alle? Zufällig? Noch umgekocht auch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl. Und ich glaube... Das und das muss ich auch in den Ofen schmeißen. Jo. Nein, Raw Matten nicht. Okay. Das heißt, ich brauche tatsächlich nur zwei. Einmal für Raw Vention und einmal für den Raw Turkey. Gut. Dann klaue ich hier mal das... Das Cooking Oil. So, Untergrund. Ähm... Genau, für den... Den dann, den dann... Dann mache ich die da zwei am besten weg. Muss ich den Filz dann noch mal ändern. Muss ich den Filz dann noch mal ändern. Dann kann ich hier nämlich... Guck, ich mal rein tun. Dann muss ich hier... Okay. Okay. Dann muss ich die Filter dann noch mal ändern. Hier. Das war auch noch mal ein Chicken und einen Porkchop. Was fehlt mir denn noch? Mir fehlt noch irgendwas. Ach ja, das andere. Ich weiß, was mir fehlt. Mir fehlt mir grad der Name nicht ein. Beef. Chicken... Porkchop. So. Und dann brauch ich ja noch was, wo ich Eier federn und... Ihr wisst, was ich meine raus tun kann. Leder. Wahrscheinlich, ob ich da hinten Beef hab. Beef, jawohl. Und Knochen, wie ich grade seh. Wobei Eier auch eigentlich direkt ins ME-System könnten. So, Beef kommt ganz hinter. Hier hab ich... genau. So, dann kommt Beef hier hin. Ich weiß, ich kann das ganze Fleisch da reintun und mal gucken, ob's funktioniert. Ja, vorbei. Jetzt mach ich noch schnell. Ich hab gar keine Kisten mehr dabei. Oh, ich brauch eine Kiste. Warte, die drei. Halt! Das ist noch falsch. So. Dann war jetzt noch eine Kiste, die kann ich da hinten hin bauen und dann können wir sie anschmeißen. Filter habe ich ja jetzt genug. Das ist ja jetzt kein Problem mehr. Hallo. Ich bin zu dämlich im Schreiben. Ich bin zu gingen. Ich bin zu dämlich. Ich bin zu dämlich. Und ich bin zu dämlich. Ja, ich bin zu dämlich. Ich bin zu dämlich. Ich bin zu dämlich. Das ist mal dringend. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber es ist in Ordnung. Es funktioniert ja jetzt. Also es ist mir eigentlich egal. Fuck. Inset. Und zwar einen Filter. Keine Blacklist, sondern eine Whitelist. Oh, Knochen brauche ich auch noch. Oh, ich werde zu schnell keine Knochen mehr kriegen. Nehme ich an. Hey Lucky. Ich versuche hier gerade eine automatische Küche zu bauen, wo ich alle Zwischenzutaten für größere Gerichte automatisiert bekomme. Fische sind auch schon da. Ist ja auch wunderbar. Bullshit. Bullshit. So. Das ist nicht symmetrisch.